Hallo und herzlich willkommen auf Mockscout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Wir schauen uns heute mal wieder ein Häuschen an bzw. ein halbes Häuschen, denn unser heutiges Mock ist die Ruined Villa in der Aquarium-Version. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall ist es das Rebrickable Mock mit Nummer 54446. Das ist von 2020 und hat 874 Teile. Von den Maßen her ist es nicht ganz so klein. Es sind 24 cm bis hier oben ungefähr, hier Mauer oder Schornstein, 28 cm in der Breite und 15 cm in der Tiefe. Der Designer ist CJ Tonic. Den haben wir hier auf dem Kanal schon mal im Sand Green Shop gesehen. Das war ein kleines Modulargebäude. Er hat aber noch ein paar mehr Modulargebäude in seinem Programm. Auch interessante Erweiterungen zu den Ninjago-Gebäuden. Also auf jeden Fall einen Blickwert. Von der Altersgruppe her würde ich sagen so 10+, das ist hier nicht schwierig zu bauen, aber es ist so ein bisschen Special Interest. Von daher nicht so richtig zu vergleichen mit Modulargebäuden. Es gibt keine Prints, es gibt keine Aufkleber, dafür aber hier einen schön gebauten Schriftzug mit einer Snod-Bautechnik. Ihr seht hier schon Fisch. Ja, das ist so ein bisschen ein Anklang darauf, wo das eigentlich reingehört, nämlich in ein Aquarium. Die Anleitung ist ein PDF, das kriegt ihr auf Rebrickable kostenlos. Das ist ganz toll und die Anleitung selber ist auch toll. Ich habe keine Fehler gefunden. Es gab nur auf einer Seite ein bisschen ein Ansichtsproblem. Das hat sich dann aber in den nächsten Seiten geklärt, wenn man dann gesehen hat, wie der Stein, das war eine Slope, wie man die richtig einbauen muss. Von der Basis her sind das hier verschiedene Light Blue-Grey Platten. Von den Noppen sind es etwa 34 x 12 Noppen, aber ohne die Treppe. Die kommt ja noch quasi vorne drauf. Also überschaubar und interessante Steine gibt es eigentlich keine. Es gibt auch keine besonders teuren Steine mit dem normalen Portfolio. Wenn man so ein paar Sets ausgeschlachtet hat, kommt man da relativ schnell hin, das zu bauen. So, was ist das jetzt hier? Also, das ist hier eine heruntergekommene Villa, wie man unschwer erkennen kann. So ein bisschen überwuchert mit Grünzeug, halb abgebrochen und man sollte sie eigentlich in ein Aquarium stellen. Auf der Rebrickable-Seite hat der Designer da auch ein Video dafür eingestellt, wie er das sozusagen versucht, in sein Aquarium unterzubringen, was auf den ersten Versuch nicht unbedingt gelingt, weil das zu leicht ist. Es ist ja klar, wenn er die ganzen Steine hier verbaut, verbaut die ganz viel Luft und Legosteine sind sowieso jetzt nicht besonders schwer. Von daher ist das klar, dass man das beschweren muss. Dafür hat er aber sich auch was einfallen lassen und das würde auch funktionieren, wenn man das in ein Aquarium einbauen wollte. Will ich nicht. Mich interessiert das Gebäude so, wie es ist. Mich hat auch vor allem die Optik gleich angesprochen und ich finde, das Gebäude hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. So, figurentechnisch passiert hier eigentlich nichts. Auf seiner Rebrickable-Seite hat er da eine Hidden Side-Figur. Ich meine, das ist der Hidden Side Jack. Den hat er hier als Sprayer eingesetzt, denn dieser Schriftzug, der ist hier quasi draufgesprayt und man sieht da auch noch unten die Spraydosen stehen und das trägt, wie ich finde, noch mehr zur Atmosphäre bei, dass das irgendwo in einer verlassenen Ecke der Legostadt vielleicht steht. Ich selber bin ja auch großer Stephen King-Fan und da gibt es ja dann auch diverse runtergekommene Häuser, die da diverse Rollen spielen bei Stephen King. Also von daher ist das hier, wenn man sowas mag, so horrormäßig kann man sich da einiges gut vorstellen. So, kommen wir mal näher hin zu dem Gebäude, dass ihr das mal von vorne seht. Wir gucken es uns mal quasi von außen an. Es gibt ja hier keine interaktiven Features oder sowas. Das ist ein Ding, übrigens auch ein sehr stabiles Ding. Also ich kann mir das hier von allen Seiten gut angucken, rumschieben. Das ist sehr stabil. Also man sollte jetzt nicht irgendwie in den Schornstein kommen, dann ist er schon weg. Aber so wie ich finde, für eine so filigran aussehende Konstruktion ist es sehr stabil. Also hier ist noch ein bisschen was da vom Haus. Hier fehlt es und hier seht ihr eben auch diese tolle Bautechnik, diesen Fischschriftzug mit der Leiter dran, dass man da hingekommen ist als Minifigur, um das zu sprayen. Und hier ist dann quasi ein Loch im Boden, seht ihr hier. Da ist der Boden kollabiert. Und die Rückseite ist quasi nicht existent. Das ist aber auch kein Problem in dem Sinne, weil es ist dafür gebaut, dass man sozusagen in die hintere Ecke des Aquariums schiebt. Von daher gibt es da hier nichts. Hier seht ihr diese sozusagen mit Zaunelementen vergitterten Bereiche. Das sind sozusagen Ballasttanks. Da kann man dann irgendwelche Steine oder Goldbarren oder was auch immer reintun, damit das Ding unten bleibt im Wasser. Das ist eine gute Idee. Das sind ja auch übrigens hier die letzten Teile, die ihr verbaut. Das heißt, wenn man noch was an Ballast reinstecken möchte, kann man das dann noch gut machen. Ich kann mich übrigens auch erinnern, es gab mal früher bei Lego Ballast Bricks. Ich kann mich an irgendein Boot erinnern aus den 90er Jahren. Das hatte so einen großen roten Brick. Der war deutlich schwerer. Da war irgendein Metallklumpen drin, damit das als im Boot besser funktioniert hat. Vielleicht weiß das der eine oder andere von euch, was das für ein Brick war. Und schreibt das unter das Video drunter. Das wäre ganz interessant. Also hier habt ihr dann noch ein Fenster und das ist ein bisschen verzogen. Das ist eine relativ filigrane Bautechnik, die ist unten nicht befestigt. Und hier nochmal eins und dann sind wir schon wieder vorne angekommen. Jetzt gucken wir mal rein. Also ich habe euch schon ein bisschen das hier gezeigt mit dem Loch im Boden. Finde ich ganz schön. Ich hätte wahrscheinlich hier nicht unbedingt so Light Blush Grey Slopes reingenommen, sondern ich hätte irgendwie so eine Balkenkonstruktion da quasi kollabieren lassen. Hätte ein bisschen braun reingebracht, aber so ist auch schön. Ihr seht dann hinten noch einen Kamin und dann noch einen Busch ganz hinten. Der Kronleuchter, der ist auch noch in Ansätzen vorhanden. Seht ihr hier oben das mit dem weiß-schwarzen Fliesenmuster. Finde ich auch ganz schick. Und da oben seht ihr noch ein bisschen was vom Bretterdach, also nicht Dachboden, sondern vom Bretterboden der nächsten Etage. Das finde ich einfach alles sehr, sehr toll von der Atmosphäre her. Gefällt mir sehr gut. Also wie gesagt, es gibt hier nicht so wirklich viel zu sehen. Ja, wir gucken mal hier nochmal, sehen wir den Kamin durch die Tür. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber ich finde alleine von dem, was wir haben, können wir uns hier schon eine Geschichte einfallen lassen. Und ich glaube, dass das für eine Lego-Stadt eine echte, tolle Bereicherung ist. Und wer diese Bautechnik übrigens noch nicht kennt, hier diese Snot-Bautechnik, also Studsnot on Top, der sieht hier, wie man toll Schriftzüge realisieren kann. Ich habe das tatsächlich das erste Mal im Legoland gesehen. Das hat mich ja wieder angefixt für meine Rückkehr aus den Dark Ages. Da habe ich gesehen, wie machen die das, dass die so tolle Schriftzüge realisieren können. Und das geht halt mit dieser Snot-Bautechnik, weil man damit sozusagen um 90 Grad gekippt bauen kann und mit Plates fast alle Schriftzüge realisieren können. Das ist auch ganz prominent eingesetzt beim ersten Modulargebäude, bei dem Kaffee-Corner. Da ist das als seitliches Schild an dem Gebäude dran. Also nochmal der Blick von oben rein. Und da seht ihr hier, dass auch das Licht von oben einfällt. Da kann man auch toll Fotos, denke ich, realisieren mit dem entsprechenden Licht. Übrigens, dieser Kronleuchter, der hängt hier nur an einer Noppe da oben, an dieser Teil dran. Aber der bleibt da oben. Ja, ich habe, als ich das gebaut habe, gedacht, das kracht doch alle fünf Minuten ab. Ist aber nicht so, weil der so leicht ist, dass da nicht so ein echter starker Hebel dran wirkt. So, also, mir gefällt dieses Teil total gut und ich würde es echt gerne mal in der vollständigen Variante-Version sehen. Das wäre, glaube ich, ein echter Gewinn für die modulare Welt. Und dann muss man es halt um ein, zwei Noppen stutzen. Dann passt es auch auf eine 32er Grundplatte. Also, positiv finde ich hier die Optik. Das gefällt mir super gut. Kann ich nur noch mal betonen. Und es ist tatsächlich so, dass es schwierig ist, scheinbar Abbruchhäuser wirklich gut zu designen. Das ist das Erste, was ich tatsächlich gebaut habe. Ich habe schon einige tolle Designs gesehen, habe dann aber in den Kommentaren auch so gelesen und gesehen, das ist fast nicht zu bauen, weil dann so viele Löcher in den Wänden drin sind, dass es so filigran wird, dass es einfach nicht hält. Oder wenn man sich mal dann die digitalen Entwürfe anguckt, dass es einfach tatsächlich nur auf die Optik designt, was leider oft der Fall ist mit auch anderen MOCs, die jetzt nicht unbedingt Abbruchhäuser sind. Von da ist es hier ein toll und stabil gemachtes Abbruchhaus. Farblich sehr schön. Die Anleitung ist umsonst. Das gefällt uns sehr. Es macht auch Spaß, das zu bauen. Man kann minimal damit spielen. Ja, es ist möglich. Und es ist tatsächlich so, dass man es überall einsetzen kann. Es ist ja hier die Aquarium-Version, aber man kann das natürlich auch ein bisschen umbauen. Oder man positioniert so in die Stadt rein, dass das gar nicht auffällt hier mit der hinteren Wand. Man kann es ja in ein anderes Gebäude ranpacken. Also das ist universell einsetzbar, auch vielleicht dadurch, gerade, dass es kein Modulargebäude ist, kann man es auch frei positionieren in eine vielleicht nicht so modulare Stadt. Negativ ist vielleicht, dass die Rückseite fehlt. Aber wie gesagt, das ist ja bewusst auf den Zweck Design. Von daher kann ich es nicht so richtig als Manko betrachten. Und die Bautechniken am Fensterrahmen, die ist halt immer nur, die sind nur, hier seht ihr das, die sind nur oben befestigt an so einer 1.2.1.1, so einem Brick Modified. Hier müsste man unten vielleicht noch irgendwas zur Befestigung ranmachen. Aber ich weiß, das ist nicht so ganz einfach, wenn man Plays oder teils an einem Gebäude außen befestigt, das mit den Abständen richtig hinzukriegen. Ja, da muss ich auch immer bei meinen Digitalprojekten bzw. bei meinen Mocs, wenn sie digital sind, dann während des Bauens richtig bauen, um zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert. Ja, also soviel dazu. Also negative Punkte sind relativ Spielspaß, bisschen gering, aber wenn man kreativ ist, geht das hier auch. So, Gesamteindruck hier optisch toll und für den Zweck ideal, aber man kann es auch Zweck entfremden sozusagen. Tolle Deko, das komplette Haus wäre wie gesagt spannend und atmosphärisch ist es absolut dicht, wie ich finde. Ja, aber das ist also nur mein Eindruck. Ich finde es atmosphärisch dichter als jetzt eine perfekt designte Fassade, wenn man sich hier einfach echt Geschichten einfallen lassen kann. Alleine dieser Blick hier rein mit diesen Spraydosen und wenn der Jack da steht und sprayt, da fällt einem einfach eine Geschichte dazu ein, wie ich finde. So, also wenn man eine Idee sucht für die Bautechnik oder für eine Ruine, ist man hier richtig. So, kommen wir zu einer Wertung. Spielspaß, der ist wie gesagt hier durchaus vorhanden, wenn auch nur ein bisschen, würde ich zwei von fünf Bricks geben. Beim Bauspaß gebe ich drei von fünf, da hätte ich gerne länger dran gebaut, aber es hat mir Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Die Stabilität ist gut, vier von fünf Bricks. Bei der Optik gebe ich auch vier von fünf Bricks, gerade wegen diesen Grautönen, also Light Bridge Grey und Dark Red. Das ist eine tolle Kombi, haben wir schon bei der Fire Brigade gesehen, bei Lego ganz prominent, aber hier auch sehr, sehr schön. Und der Preis ist umsonst die Anleitung, von daher fünf von fünf Bricks beim Preis und das ist eben auch eine gute Anleitung. Und so komme ich zu meinem Gesamturteil, das mag jetzt vielleicht überraschen, es sind vier von fünf Bricks, wegen der Atmosphäre. Na, deswegen, weil ich finde, dass das hier seinen ganz eigenen Charakter hat, das ist mit Liebe designt, das ist richtig gut gemacht und es ist einfach mal was anderes, anstatt immer nur vollständige Häuser zu bauen, mal eine Ruine da zu haben. Ich habe sowieso eigentlich den Plan, in meiner Mini-Medieval-Modular-Welt auch eine mittelalter Ruine reinzubringen, aber ich habe noch keine so richtig gute Idee dafür. Vielleicht inspiriert mich das ja. Mal gucken. Ja, also da bleibt es auch spannend an der Front. So, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht ein bisschen was anderes war. Wenn es so ist, gebt doch die Daumen hoch, lasst vielleicht sogar einen Kommentar da oder ein Abo. Freut mich sehr, ich beantworte übrigens jeden Kommentar. Da wird es nicht dazu kommen, dass der einfach nur über Tage da unbeantwortet stehen bleibt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal mit dem nächsten Mock oder Mini-Medieval-Modular auf Mockscout.